Was geht ab Piros? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ja, lange war es her, jetzt bin ich endlich mal wieder zurück am Start. Ich versuche die Kamera jetzt erstmal gerade zu halten. Ja, genau, jetzt bin ich wieder zurück am Start. Ich habe eine lange Pause gemacht, meine alten Videos auch privat gestellt, weil ich jetzt einfach mal einen Neuanfang machen wollte. So, bald ist es auch wieder soweit und Silvester steht vor der Tür und ich habe mir gedacht, ich fange mal mit einer kleinen bunten Mischung an. Ja, mit dabei die Sonnenkreisel von Feistel, Lufthäuler von Leslie, die Babyfluids, ich weiß jetzt nicht, welche Marke das ist, gucke ich gleich nochmal nach, dicke Brummer von Veko, Chili Spinner von Leslie, Krallers, oh ja, von Veko kennt jeder, fritze Feuerstein Moskitos und als kleinen Highlight heute habe ich den China-Feuertopf. Ja, Leute, genau, dann sehen wir uns gleich draußen wieder und ja, bis gleich. So, jetzt die Koller fackeln. Alle gleichzeitig ungefähr, also, mehr oder weniger. und leider ist der ganze Rauch in meine Richtung, ja, aber vier zugleich habe ich schon cool. Ja, sehr geil. Exzellent. So macht das doch Spaß, mit Cousins zu finden. Ja, Moskitos, da sind sie. Na gut, erstmal einen. Na, will er noch, oder will er nicht? Ach, blöd, kent. Wo ist der andere? Ja, hoffentlich funktioniert das. Oh, jo, alter. Ja, okay, der war, dass er halt da wartet. So, wo haben wir denn den einen? So, schlägt den Feuerstein. Ja, relativ scheiße, aber machen wir mal die anderen drei auf Schlag. Das hört sich los. Fette. Sehr geil. So, Leslie Pfeiffer, natürlich ohne Stab. Nochmal zwei. So, jetzt in den Baby-Rocket. Ja, weg, weg, weg. Oh, du machen die Teile doch Spaß. He, he, he. Oh, nein. Oh, je, je. Oh, cool. So, war die Schüli-Spinnaz? Jo. So, jetzt der alte Feuertopf von Komet. Nice, richtig geil.